Heinrich Schlange-Schöningen ist ein deutscher Althistoriker. Heinrich Schlange-Schöningens Großvater war der Politiker und Diplomat Hans Schlange-Schöningen. Nach seinem Abitur 1979 in Göttingen studierte er 1982 bis 1987 Geschichte, Religionswissenschaft und Philosophie an der Freien Universität Berlin und in Bordeaux. Dort schloss er das Studium 1988 mit der Maitreis des Trois de l'Université de Bordeaux ab. Anschließend war er von 1989 bis 1994 wissenschaftlicher Mitarbeiter an Alexander Diemans Lehrstuhl für Spätantike der Freien Universität Berlin. 1993 wurde er bei Dieman mit einer Arbeit zum spätantiken Bildungswesen promoviert. Von 1996 bis 2002 folgte die Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent an Ernst Baltruschs Lehrstuhl für römische Geschichte, ebenfalls an der Freien Universität Berlin. 2003 erfolgte die Habilitation in Berlin und die Vertretung einer Oberassistenz für alte Geschichte an der Technischen Universität Dresden. 2004 war Schlange-Schöningen Mitglied der School of Historical Studies am Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey. Bis zum Sommersemester 2006 lehrte er als Privatdozent für alte Geschichte an der FU Berlin, vor allem zur römischen Kaiserzeit und Spätantike. Seit dem Wintersemester 2006-2007 lehrt er an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken als Professor für alte Geschichte. Schlange-Schöningen interessiert sich unter anderem für die Wissenschaftsgeschichte der Altertumswissenschaften. Derzeit forscht er zur Sozial- und Religionsgeschichte der römischen Kaiserzeit und der Spätantike sowie zur Wirkungsgeschichte Konstantins des Großen Schriften, Monografien, Kaisertum und Bildungswesen im spätantiken Konstantinopel, Steiner, Stuttgart 1995 ISBN 3-515-06760-4 Die römische Gesellschaft bei Galen, Biografie und Sozialgeschichte, D. Greuter, Berlin U.A.R. 2003 ISBN 3-1101-78508 Augustus 2. Durchgesehene und bibliografisch aktualisierte Auflage Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2012 ISBN 3-534-165128 Herausgeberschaften Konstantin und das Christentum Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2007 ISBN 978-3-534-20778-7 mit Andreas Gultz Konstantin der Große Das Bild des Kaisers im Wandel der Zeiten Bölau, Köln U.A.R. 2008 ISBN 3-412-20192-8 Das Bild des Kaisers im Wandel der Zeiten